so sag mal hallo hallo das ist doch mal schön hier so können wir arbeiten gehen hallo Mia warum nicht so wie bei deinem Video hallo ich bin Meikert und ich höre aufgebrüßt euch die ist so schnell beim reden ist Wahnsinn da kriegst du Angst wenn du die hörst wir können losfahren bitte Oh Unfall für Füchse ich fahre in dem Sleasing die müssen eh noch aufbauen weil wegen deinem Rohr ich muss wissen wo ich kann ja 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 dein Rohr genau nein ich bin sein Rhöner-Fan, wie? oh 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 stopp äh Andi hast du ein kurzes Problem da vorne? ja ja ein kurzes Problem ja ich brauche mal einen Abfahrer aber du musst das Feld auch Christopher so Chris fahren wir ja mal gucken ob das hier läuft so warte lass mal einen Abfahrer fahren warte ich mach mir hier kleiner so viele haben wir keine ja ja wir machen zuerst Feld 8 weil sonst geht's mit dem Überladerwagen nicht ich geh mal hier hoch blö blö ist aber schon ein bisschen klein hier ne ja auf der rechten Seite aber da müssen wir glaube ich 90 Grad umdrehen dass wir zu der Güterbahnhof reinkommen ok Simon verstopft wieder die Straße hier ja wohl eh nicht ja ich möchte aber nicht gut geblasen werden oh oh da ist jemand zu mir reingekommen nein also hier rechts glaube ich nicht mhm genau hier auf dem Platz irgendwo hat's schon einen Platz da aber mir leckt das noch ein bisschen komischerweise ne ich hab 40 FPS also 60 läuft da eigentlich typ top das ist eure Holzleiter jetzt rückfahren mhm ich hab 40 übrigens hier oh warte mal muss ich gucken wo das bleib mal stehen jo ich guck mal auf welche Seite das ist warte ich kann wahrscheinlich nach hinten her kommen glaube ich ja warte mal hm ich mach das warte mal hä ach so ich hab schon der hat er mir schon reingespritzt komm warte ja spritz der rein ja ein Hänger reingespritzt das das die 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 da ich hab dich geklaut das ne achso ich hab schon gedacht das Rohr wie du mich haben hm hau 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 ich hab ein Kleidräger hier da pass mich doch auf hier du könntest mich überfahren mit deinem Rad hau 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 ja was jetzt ja hau weißt du wie er fährt mit dem größten Träger hier mit dem Maile ey aua mit 150 PS da schlägt entscheidend das Rohr ne böses Rohr ne jetzt weil er fährt auch wie sie gewähnt gesenkt ist auch da unten ja macht abwarten die ich war auch vor Ort in Ordnung auch die Strecke und das kann Prozent der Aufwärter nach den Städten Karlsruhe mit dem Team 63 Jahre da unten bei dem Schweide das siehst du dann Fenty und Slysi aber bitte nicht rüber Dings fahren durchgehe obkippen komm kannst du übernehmen andere Seite komm 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 einfach fahrt ruhig ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht staut sich als Maschine rum hast du ja nicht viel rein mir kommt auch schon ja, siehst du mal heiheihei du musst ihn damit aufhauen ich brauche einen Abfahrer hier oben ja wir sind unterwegs, wir müssen hier warten haben wir Pannenblinker hier, haben wir ich habe noch eine klasse Idee ja, für das haben wir sie du möchtest meinen Namen ja der Slysi hat den besten Job, einfach sitzen bleiben ja, ich habe gekauft, ich kann runterwarten so, fahr ich mal rüß, rüßwärts muss halt warten, du kannst ja rüßwärts fahren, oder? oder muss ich dir behilflich sein? oh, scheiss Ding, Kohli Christoph, warum fährst du jetzt da hoch? ja, durchstechen naa, Mensch so, leer aber jetzt kann es voll zack zack hm, läuft eigentlich gut hier, oder? ja äh, Simon, warten da dreht mich ja nicht so da dreht mich ja nicht so da dreht mich ja nicht so stopp, ja, stopp, 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 stopp ha, fisch, wie ich das kann, ne? hm, ja, nicht schlecht, du kriegst du nachher einen Keks, du oh, ja, Kekse, Kekse hm, Chrissi, ein bisschen langsam hier, du könnt ihr ins Auge gehen, du Adi Adi, wer ist Adi? Andi nicht Adi Adi, Adi, immer äh 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 Andi, brauchst du irgendwie, äh, Abfahrer oder so was? ja, ich bin guter Weg ja, bitte, danke ja, wo fährst du hin? äh, aus dem Mauernland hä, wo fährst du hin? äh, ein bisschen weiter an der anderen Seite, weil hier ist ein bisschen Boden unheben ja, genau, so ist ok stimmt, stimmt ja, so die Straße wie viel was muss ich da durchstechen, du? wie viel was muss ich da durchstechen, ich verstehe nicht ja, du kannst auch hoch und runter fahren ja, ich wollte die große Zeit hin und hier, äh äh achso egal wie viel ja, Andi, Stellungswechsel haha jetzt fährt er wieder zurück ja, dann fahr fahr ja, die Ding kommt, die jetzt denn der Herd in Fliegel ne, der ist lang so ja, eben die, die, die können bis umscheiben bis es umscheiben bis es zu schneller geht ja, müssen wir ein bisschen modifizieren, ne ja, da kannst du auch super messen, Kollege na ja aber die Möglichkeit geht ja auch nicht zu stellen das war weil man es ist einer zu viel wie es reicht eigentlich ja wenn der Fett nicht hinterherkommt muss einer zwischen mir einspringen kurz mhm Kannst nicht ableiben oder was Tobi? Au! Nee, gerade irgendwie nicht Mia kannst du übernehmen Ja, so gehen wir hier Ich verbiesel mich Ja, muss nicht ganz voll sein Sonst komm ich wieder nicht hier Ja, du musst ein bisschen noch mehr reinfahren Tobi, versuch mal noch ein bisschen weiter reinzufahren Ja, der Trigger ist irgendwie zu klein dahinten Ja, deswegen muss man Trigger noch vergrößern Damit er... Du musst ungefähr mittig und ganz weit rein Hm Trigger ein bisschen vergrößern und dich zu nach vorne schieben Nö Das wär nicht schlecht Nö, ich hab so'n spätigen Job, ey Ja, schließlich, übernimm dich nicht, schließlich Aber deshalb kriegst du auch weniger Geld, ne Einen Euro pro Stunde Wir hatten übrigens den Hartz-IV-Träger Keiner? Keiner den genommen Fährt keiner gerne mit Drehschimmel, hä? Oh, hast du gesehen? Dein Hänger ist im Dings versunken Ja, weil der überschrunten noch reingeht Ja Kommt er nicht mehr raus, doch Komm immer raus Wieviel ist noch raus? Wieviel ist noch raus? Was? Ich muss ja gar nicht so weit rein Ja, nicht für ihr länger Ja, mir kommt der Vater, ich und Tobi und Chris immer, dass ich die gleichen Abfahrer habe Könnt ja möglich sein, ja So, leer Bist du keiner mehr da? Ja, ungefähr Ja Ja Ja, siehste Vielleicht müssen wir noch ein, ein Ding haben, ne Im Fahrer Ja, ja, deswegen Ja, aber dann muss einer wieder warten Vielleicht zwischendurch mal wegfahren Ja, zwischendurch, zwischendurch Ja, aber der Fenty kommt ja wieder, oder? Oder ist er stecken geblieben? Ja, ne, bin am Aplan Ja, siehste, reicht doch Es ist Lissi, du hast ja eh noch Platz da drin, oder? Ja, jetzt sind es ungefähr 68 Prozent, damit ich nicht voll Hm Ja, viel bringen wir ja eh nicht hin Die man halt mal die Stellung da Die man halt mal die Stellung da Ja Die man ist Ja Die man ist Ja, das ist immer so Ja Nee Nee Riss, versuch mal mit Oder so So mittig rein Also du hörst ja eh nichts, was ja auch nen Ton aus Hallo, hast du was gehört? Was? Jo, bin gleich da Ja, hupen Ach so, ne, da habe ich auch Okay Falsch hupen Wie bildst du? Ja, eben Ja, ich hab damit was anderes laufen Nee, erste Musik laufen Wie abgehoben Also mein Ding ist gleich so voll mir gleich Dein Ding ist voll, oh je, Lissi Ja, ja Musste entleeren Er der Dings kommt ja gleich Ja, bin gleich da der ist und da wie es ja es kann gehen nix ein paar Ruhert gut nicht schreien ich habe keine Höhe gerät dort genau ich glaube ich habe mich gerade verfahren kann man sich doch nicht verfahren hier ich habe gerade hier Zug-Alarm hier bei mir ach scheiß Anbel das sieht aber unlogisch aus ja wie geht es jetzt eigentlich zu Feld 6 hin zu Feld 6 zu Feld 6 ähm entweder oben rüber beim Elu wo wir gestartet sind oder unten durch den underground bei 15 16 rüber und dann rechts ja ich halte PDA gucken jo habe ich gute PDA gemacht hier oder hast du schon leer mir ich bin leer wir sind auch gleich Feld ist auch gleich fertig das passt noch rein kommt noch ein Hänger kommt noch können wir umziehen feld 6 6 6 wo wir haben ja da können wir es auf die Straße machen oder weiter hinten wo die Rübenlager ist da können wir haben wir Platz oder das ja das Rübenlager oder ja das Rübenlager oder ja ich bin noch unterwegs ne der glaub der letzte Hänger ne zweitletzte ja ey da kipps ja alles runter hier ey da kipps ja alles runter hier oh scheiße 6 haben wir gesagt guck gell ja ja ich bin noch da lang ich bin noch ich bin noch ich bin noch ich bin wieder zurückweg ich bin wieder zurückweg ich bin wieder zurückweg du musst da haben so lange so Ding ist noch leer ist äh ja ja ich fahr ganz langsam ganz langsam noch mehr noch mal besser ey da sucht mir mal Fuß weh jetzt kannst du jetzt kannst du langsam schneller fahren jetzt äh lang ich kann langsam schneller fahren ok er kann sich entscheiden zwischen langsam und schnell oder ne so ich kipp mich mal aus hier immer fahren wir gerade entgegen simon hier links fahr 6 fahren alle oben durch mal gucken wer schneller ist wenn ich unten durchfahre ich bin schon da scheiße da kommt Speedy Gonzales du könnt achso äh Fenty ja gib mir mal den LKW ich fahr gerade jetzt fällt 6 rüber ne ich bin noch nicht leer da kann ich ich bin achso ja stimmt ja dann macht Fenty Fahr ich holte meinen Träger später weil wir brauchen unbedingt üben drüben den Ding fern wir mal weg Fenty nein lassen wir vorlaufen volllaufen lassen hallo Lisi und hier hast Fenty äh Fenty ja werst du Fenty Prozent ja 98 99 voll ja das ist dein Knöpfchen drücken ne ja ich lass den mal stehen dann fahr ich mal rüber gleich mal wie so auf dem Pferd aufsteigen im Träger ne ich fahr Chris wir sind ja alle schon drüben oder? Fast alle Fahr weg oder? Fahr ab hinaus hof hps kommen sie wohl Lisi ist unterwegs ja wir sind noch Mapp hallo wer holt den da so behindert hallo wer hat den da so behindert Fenty kann sein äh der Simon meine ich ne ich weiß ja ah du schäme dich und steck mir da durch egal Chris, lern mal fragen Ach, nicht, was ich sag, so chemikfalls Hauptsache, er fällt jetzt mal voll in mich rein Achso, ich dachte jetzt ich Ne, der andere Andri Sophie Oh, das bedeutet Ewigkeiten hier, ne Wieso wir? Ja, weil du den wieder umgebaut oder umgeschrieben hast, Chris Wusse ich ja nicht Das darf man doch gar nicht Oh, das könnte Probleme geben, Chris, ne Komm, komm, schnell Ja, Mia Ich hab gedacht, das ist offen Wer war ganz offen Hä, da geradeaus, mir und dahinten warten Bis äh , da 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 Jo, das ist Lisey, komm Tu, tu, tun Usse, mir und dann Hermann Achso, hamburg Verstanden, weiß du, was du vorhast Tobi hat seinen Hanger verloren war zu schwer jetzt kommen die das nicht mehr das liebt er ist nicht schnell hier die ständige stück weil ich komme so bisschen klein vor jene servus wenn ich über meinen Kopf lernen das Zeug nicht mehr ich werde nicht gern ins Gesicht gespritzte Adi das geht ja ja ich bin gleich voll hier 900 l nein nicht 900 100 das geht ja hier rucki zucki da unten sind sie die Schleichen muss ich den Träger holen LKW holen ja ich fahre schon ins Gesicht okay oder sonst geht auch ein anderer der Zeit hat der wartet ja ich bin Abfahrer schnell den LKW holen da ist schon unterwegs ja das ist so alt bis jetzt auch nicht oder ja die machen wir den Hexel aus also das ist das Getriebe ja ja äh nein äh vor drüben nein weiterfahren hä hier wo wir sind hier hinten weiterfahren 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 Slissi hier wo das Lager ist hier haben wir genug Platz wohin fährst du Slissi hier wo ich bin rechts von dir wohl hier rechts von dir seh ich nix dein Name verabend Fenty hinterher ich war einfach hier mitten fällt so scheißegal wieso da hinten wir sind jetzt hier wir sind hier am Radplatz hey ja ich hab doch gesagt hier am Badplatz du kennst doch die Map Slissi nee hab ich gar nicht gespielt was du bist falsch Slissi du bist falsch dran ja ich bin schon gleich links runter sind wir siehste wo wir sind da genau da wo die da wo die Vögel vögeln äh keiner von euch fahren oder hehehe kein Mensch film wir auch nicht ja ja wo das hier ah nee ja Tobi du kannst ja den zur BGA fahren schnell ja ja hast du noch Zeit weißt du die BGA ist ja da unten irgendwo äh da unten irgendwo was du musst du dich auspacken lass es stecken zu sie ja hier irgendwo ja auch mit auf mich auf die Straße nein nein ja ich muss gucken wo das irgendwo rauskommt und ja vergessen wieder wo es rauskommt ja Lisi das ist natürlich schlimm wenn man keine Freundin hat wenn man nicht mehr weiß wo es rauskommt ja so ich weiß in die Blümchen ne ich warte am ersten Start ey liebt ihr den Duft von liebt ihr den Duft von frischem Raps auch wenn es so blüht ach du ha das richtig geiler Geschmack wenn du mal ja ihr kennt es grad nicht ne wieso oder schon äh sie ja du hast du das geliebte keine Raps oder hatten mal äh griffst du du musst du musst auf der anderen Seite von Bauen vorbei ja sie wollen kommen sie ja gar nicht mal aha ich war zuerst also ich bin doch gar nicht ich habe mehr PS als du ich bin hier im Rapsland das tut dem ich bin hier im Rapsland das tut dem krise ne äh äh warte doch bis es mir abgeleert hat ne er kann nicht warte sein er kennt den Namen nicht warte ne den Wort Fendi kannst du wenigstens mal den Trailer Trailer so hinstellen das das Zeug reinleert und nicht daneben jaaa aber dann geht's wieder hey Fendi wär ja nicht schlecht mal da stehst ja nur rum warte mal mich riecht dieser LKW immer noch so auf der rutscht wie so ein oh meidi wie ja der LKW ich würde den ganzen Bestand kaputt machen nein in der Mitte in der Mitte in der Mitte in der Mitte ahnung ahnung ja freilich droht droht und siehst wohl nicht nachher ich habe ja da muss ich mir den schmack ist an machen ne ja was ist das Ente auch mach's mein Träger kaputt lokalisch stehen ja genau für immer auch mal rein hier ja 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 das ja also mit Drehschimmel ist bisschen schwieriger also mit Drehschimmel geht's aber ja also den kleinen kannst du vorne anhängen glaube ich das soll ich dir zeigen wenn er in der Nähe da ja kein Problem hier ist sie und das ist also ja wenn man sagt wenn man hat in der Verbreitung ist Du läufst doch eigentlich ganz gut hier, ne? Ähm, es geht so. Ja, ich bin, ähm, du weisst er ja, ne? Ich hab grad Konkreisel gemacht. Hier ist... Ja, Kollege. Richtig viel hier. Und ich, äh, ja, dank dem Tobi, seine Hilfe. Menno, menno, du. So, jetzt müssen wir auch alle Tschüss sagen, irgendwie. Irgendwo. Ich komm ja gleich vorbei. Ja, ich komm jetzt auch noch schnell den abladen und dann ist's gut. Äh, wenn ich... Wenn ich wüsste, wo ihr seid. Ah, da ist ein Träger frei. Äh... Ach so, ich bin verstanden. Ja, komm, mein... Ja, genau, hier, das ist doch gut hier. Ihr wisst ja, wie's läuft, ey. Das ist ja richtig nett hier. Mip, mip. Ja, genau, du. Mich auch, du. Mip, mob. Also, der Christopher Robin muss da schon heim gehen. Der muss da noch seinen Honig, äh, aus dem Ding nehmen. Ja, hört mal auf zu schreiben, ihr Puten. Put, put. So, sind jetzt alle hier? Jo. Ja. Ja, dann... Ja, dann... Ja, logisch. Sagen wir Tschüss alle zusammen, ne? Tschüss. 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 Bis irgendwann. Ich eisse in Wahrheit Kevin. Man lernt, da heißt auch Kevin. Ja, tschüss. Sauber sowas sehen,том wenn es nicht necesita jeder gemeinsam Tallent Ogreff Manweller hat oder nicht leicht definiert. Okay.